was brauchen wir dann eigentlich 1500 ok wir müssen die herausforderungen schaffen da rechts und 1500 geld investieren okay Gut, gut, gut. Ja, haben wir erst mal wieder ein bisschen Geld. Gut, gut. 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 Die halten alle nicht viel von Händewaschen. Keine Hüte da. Oh mein Gott. Ich bin auch immer schon in die Tankstelle gegangen und wollte unbedingt ein Gourmet essen und habe mich dann geärgert, dass die kein Gourmet essen bei der Tankstelle haben. Okay, wir müssen gleich wieder Zeug nachbestellen. Die nächste, die sich beschwert, dass wir keine Hüte haben, müssen Batterien bestellen, sonst können wir keine Autos mehr reparieren. Die Reifen waren günstig. 45 Dollar. Danke, Susi. Wir hören uns. Spätestens morgen, denke ich mal. Schönen Abend noch. Oh, danke. Wow, super. Irgendwie so. Cool. Bands. Ach, wir haben auf jeden Fall noch vier Kunden. Dann haben wir die Hälfte bei bedienten Kunden im Laden geschafft. Bei Autos betankt sind wir schon über die Hälfte. Autos reparieren sind wir auch über die Hälfte. Erhaltenes Trinkgeld sind wir auch über die Hälfte. Es geht vorwärts. Das war's. Das war's. So, jetzt habe ich gleich genug genascht. Gleich Abendbrot. Gleich bald. So, jetzt habe ich einen schönen Tag. Super! Top-of-the-line job there! Incredible! Ja, ich habe keine Hüte mehr, es tut mir leid. Tsss, 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 tsss. Wow! Läuft? Ein Reifen und ein Spiegel. Wir müssen, glaube ich, gleich schon wieder Sprit bestellen. Was ist eigentlich mit unseren... So, die eine repariert jetzt und die andere kassiert. Ich hoffe zumindest. Ja, sie kommt. Ja, sie kommt. Um... Ja, sie kommt. 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 Ja. Ja, sie ist. Ja, sie ist. Ja, sie ist. Ja, sie ist. Falsche Taste mal wieder. Falsche Taste mal wieder. Oh, das hat vorne. Falsche Taste mal wieder. Ich muss jetzt leider erst mal kurz mich fokussieren auf diese Aufgabe hier. Falsche Taste mal wieder. 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 Falsche Taste mal wieder.